Also hier geht man halt noch mehr auf den Kopf, dass man halt mental noch stärker wird. Bei der Sandakademie, da ist es so, da trainieren wir von allen Seiten und auch die Mentalität. Es ist speziell auch für, damit man besser wird und besser denken kann. Gut, weil wir am Schluss mal diese Turniere machen. Hier lernt man halt Sachen, die man bei anderen Fußballschulen nicht lernt. Dieses Fußballcamp macht mir Spaß. Bei den anderen ist es so, da war meistens jedes Jahr dasselbe. Das hier ist halt anders, wie andere. Es ist hier eher mit Kopf und gearbeitet wird und mental. Dass wir immer so am Ende so Turniere machen und da gibt es auch immer so Punkte. Das ist so. Und hier ist es halt, wo man dann auch körperlich besser wird und das Gesamt, wo man bei allem gut wird, weil ich hier mehr gelernt habe. Hier ist das Training härter und weil wir hier auch in kleineren Gruppen sind, ist es auch besser und man kann mehr machen. Es macht mir sehr Spaß, weil es auch was anderes ist, außer einfach zu schießen oder irgendwie neue Pässe oder Tricks zu machen, sondern was auch für das Gehirn, um besser zu werden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020